Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Beyond Good and Evil. Im letzten Part haben wir Tiere gesucht und haben alle bis auf drei bis jetzt gefunden. Ich weiß, ein Tier ist im Weltall, das heißt es gibt nur noch zwei Tiere hier zu finden und ich weiß auch wo. Eins in der Fabrik und eins in der Fußgängerzone. Ich habe jetzt nur ein Problem, ich habe im Internet geguckt und man kommt nicht mehr in den vierten Stock der Fabrik. Da kommt man nicht mehr rein. Und das heißt, ein Tier fehlt mir. Es ist scheiße, es regt mich ein bisschen auf, aber ich kann es nicht ändern. Ein Tier fehlt mir. Man kann hier glaube ich auch nichts aufschießen oder so. Das probiere ich jetzt mal, aber ja, ich glaube ich habe einfach, ja, verkackt bei diesem einen Tier. Da kommt man nicht mehr ran, das muss man beim ersten Mal spielen kriegen und ich habe es nicht gekriegt. Deswegen, ja, schade, aber dann spielen wir das Spiel eben nur zu 99% durch. Dann fehlt uns ein Tier und die Disc und ja, ist nicht so toll, aber ich kann es nicht ändern. Also an dieses Tier komme ich nicht ran. Dafür aber an die anderen beiden. Und zwar werde ich euch das gleich mal zeigen. Das wollte ich euch natürlich nicht zeigen. Wir möchten da jetzt rein, wieder in die Stadt. Genau. Und ab zum Lagerraum bei dem Hinterhof. Und ich weiß jetzt endlich, woher ich den Code bekomme, denn ich habe es mir nicht nur eingebildet. Diesen Code habe ich tatsächlich schon mal bekommen. Das war keine Einbildung, weil ich war mir fast sicher, ich habe den schon mal irgendwo bekommen und habe dann gesagt, nö, mache ich später. Aber habe den dann nicht mehr gefunden. Aber ich weiß jetzt endlich, wo der Code ist. Erstmal die Ratten töten, die nerven mich sonst wieder nur. Komm. So, also zumindest an diese Käfer komme ich ran. Und ich weiß auch wie. Ähm, ich muss jetzt nämlich im PDA gucken. Davor habe ich in den Mails geguckt, aber das ist falsch. Ich muss im PDA gucken. Äh, wo ist der PDA? Der PDA ist hier. Nein. Äh. Jade hat den super Angriffsverstärker. Ne, wo ist denn jetzt der PDA? Sag mal. Hallo. Stadtpass. Äh. Okay. Wo ist der PDA? Das ist jetzt ein kleines Problem. Nein, das muss hier sein, theoretisch. Äh, so gucken wir nochmal. Hey, jetzt mal ernsthaft. Wo ist der PDA hin? Bin ich bescheuert? Bin ich bekloppt? In den Mails ist es nicht. Das weiß ich. Wo ist denn der PDA? Ähm. Gut. Leute. Ich habe ein kleines Problem. Anscheinend soll das Ding im PDA sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Vielleicht hat er den PDA. Karlsner und Peters. Das gibt's doch nicht. Hallo? Okay. Ich habe ein kleines Problem. Vielleicht hier? Irgendwo. Mondbasis, Schlachthaus. Okay, ich habe ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wo der PDA ist. Und den brauche ich. Denn ich habe den Key bekommen, den Schlüssel. Denn, äh, wo zum Teufel ist der PDA? Ich finde das jetzt nicht lustig. Ey, ernsthaft? Wollt ihr mich... Das ist nicht wahr? Hier, der Tiersensor. Ja, das ist egal. Ich brauche nicht den Tiersensor. Ich brauche einen PDA. Äh, ja. What the fuck? Ich habe das Ding von einem Typen gekriegt. Da bin ich mir sicher. Ja, hier, Fabrik wieder. Und da haben wir Schlachthaus. Das ist mir alles klar. Verschlusscode auch für die Fabrik? Fabrik? Irgendwo hat es einen... Leute, ich bin mal ganz kurz weg. Sekunde mal eben. So. Okay, Leute. Ich habe es gefunden. Es ist scheiße versteckt. Und das pisst mich auch ein bisschen an. Ja, der Typ, der Ziegen-Typ in der Bar. Ne? Der Depri-Typ wieder. Der in dem ersten Zimmer da saß und rumgeheult hat. Der hat uns nämlich ein Ticket gegeben. Der hat uns keine Notiz gegeben. Der PDA. Das ist das hier. Das ist der PDA. Ja. Der hat uns eine Notiz gegeben. Und ich glaube, das war eins von den beiden. Ich gucke mal. Vielleicht war es das hier. Z4H9. Mal gucken. Z4H9. Vielleicht funktioniert dieser Code. Z4H9. Haben wir hier schon mal? Nein. Ist der falsche? Dann muss es der andere sein. Das andere Ticket. Das Alpha-Abteilungsticket. Und ganz ehrlich, das ist ein bisschen doof. X4N8. Probieren wir aus. Äh, was war es? X... N... 4... 8... Falscher Code. Ne, das war auch falsch. Ich weiß, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Entschuldigung. Äh... Jetzt. X4N8. 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 X... 4... N... 8. Dankeschön. Das war es. Der hat uns dieses Ticket gegeben. Ey, ich bin doch so bescheuert. So, die Viecher sind jetzt abgedampft. Die fressen jetzt. Und schleppen meinen Stakus weg. Der... Die Blabiera... Gregaria. Die fiesen Typen. Die wollen mir mein Essen klauen. Aber nicht mit mir. Ich datiere es und lege es ab. Yo. Und, äh... Falls man die beim ersten Mal nicht fotografiert und die Viecher weg sind, einfach... Ein bisschen Stakus da hinlegen. Äh, nicht Stakus... Doch, Stakus heißen die Dinger. Ja, ja, Stakus, genau. Einfach hinlegen. Die nehmen das dann mit. Das können wir auch gleich mal... Kann ich euch demonstrieren. Einmal haben wir noch. Wir können legen. So. Und dann kommen sie auch schon wieder angewuselt und fressen es einem weg. So. Damit hätten wir alle Tiere, die wir hier haben können. Das heißt, wir können jetzt mit der Story weitermachen. Ja. Das Tier in der Fabrik, das kriege ich nicht mehr. Das geht nicht. Und, äh... Vielleicht habt ihr gesehen, da lagen so rote Kruben jetzt, ne? Und die Viecher haben sich das geholt. Genau diese Kruben gab es, glaube ich, auch in der Fabrik. Und da ist genau dasselbe Prinzip. Einfach, äh... Stakus hinlegen und die Viecher fressen es einem weg. Aber ich habe es natürlich verkackt. Und deswegen keine 100%. Schade. Aber ich war nah dran. Ich war sehr nah dran. Wirklich sehr nah mit 100%. Naja. Jetzt gehen wir erstmal unseren super Antrieb holen. Und dann ab ins Weltall. Da freue ich mich schon drauf. Ab in den Weltall. Ist doch egal. Jo, machen wir auch. So, und jetzt können wir uns auch endlich den großen Antrieb kaufen. Yeah. Hi, Hall. Hey, Jade. Nettes Teil, oder? Sternantrieb. Fast neu. Damit kommst du sogar aus einem schwarzen Loch raus. Können wir das Schiff bei euch landen? Natürlich. Da ist ein Landeplatz auf dem Dach. Du wirst ihn sehen. Also gut, da muss ich wohl erst das Schiff dahin fliegen. Naja. Das macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Das kriegen wir auch noch hin. Dann landen wir unser Super-Schiff jetzt auf dem Dach. Bis zum nächsten Mal bei Mama Goose. Ja, bis zum nächsten Mal. Hallo? Ah, das düst hier rum. Sehr gut. Zum Landen. Jawohl. Näääää. Ui, wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Ah, hier. Cool, und jetzt können wir uns das Ding auch kaufen, glaube ich. So gut wie neu. Und der Einbau ist inklusive, Jade. Lasst dir so eine Gelegenheit nicht entgehen. Oh, keinesfalls. Jawohl. Wir haben noch 17 Perlen. Cool. Der Sternenantrieb. Sorgt für den notwendigen Antrieb, um die Anziehungskraft von Hillis zu überwinden. Sternenantrieb aktivieren. Cool. Nice. Mama Go, Mama Go, Mama Go, Mama Go. Weltraum, wir kommen. Und ihr Mama Goose betet besser, dass der Motor genug Pferde hat. Oh yeah. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, aktivieren wir mal den Turboantrieb. Hallo? Yeah. Wuhu. Guck mal, was da ist. Da ist irgendein Vieh. Das ist das letzte Tier, das ich sammeln kann. Hey, der Motor hat Fehlzündungen. So gut wie neu hat das Reno gesagt. Äh, komm schon, Wal. Und der Wal ist befreit. Und damit... ...haben wir auch den letzten Wal, den Mega-Thera-Anairobia. Okay, abgelegt. Viel Glück mit dem Rest. Ja, viel Glück mit dem Rest kannst du leider vergessen. Ich komme leider nicht an das letzte Tier. Und damit auch nicht an die letzte M-Disc. Naja. Wir haben dat Vieh. Dat ist cool. Und da ist der Mond, ne? Wo ist Hülles? Hülle, Hülle, Hülle. Och, du Scheiß. Guck mal, da fliegt was. Wow. Was war denn das? Da leuchtet irgendwas. Aber ist egal. Bis wir auf dem Mond sind. Unsere Mission hängt davon ab. Aber wie geil das aussieht. Naja, wir fliegen auf den Mond. Wir müssen hin. Ja. Bäm. Selene. Oder so. Nun Basis voraus, Miss Jane. Ich merke's. Müll abwerfen auf festem Boden verboten. Vor allem da drin könnten wir, glaube ich, nicht überleben, weil es kein Raumschiff ist. So, was ist hier? Ach, du Scheiße. Das Ding sieht riesig aus. Wie? Da ist der Sender. Da müssen wir irgendwie hinein. Irgendwie ist gut, Mann. Wir gehen einfach rein. Was soll's. Sonst gibt's hier ja nix, ne? Nö, nur irgendeine Mondoberfläche. Ja, dann. Sender-Eingang. Oh, yeah. Wir sind also auf dem Mond. Ja. Auf dem Mond. Und wir haben eine E-Mail bekommen. Ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Okay, dann gucken wir doch mal auf die Karte. Ja, wir müssen ganz runter. Und dort gibt's dann ein Foto. Gut. Das werde ich wohl noch hinkriegen. Erst noch mal ein paar Dineros absahnen. Wir haben ja nicht genug. Wir haben noch lange nicht genug. Können wir da eigentlich hoch? Ja, können wir. Bringt es mir was? Ja, bringt es. Aber was genau? Das ist ein Lift, ne? Check. Aha. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Da kann ich noch gar nicht hin. Alles klar. Gut. Wunderbar. Dann weiß ich aber, dass es hier auf jeden Fall lang geht. Da will ich nachher auch rüber. Gut, aber zuerst kaufe ich mal ein. Okay. Eine Büchse Carbabs stellt die 1 PB1 erhöht deine Energie an. Ja, wir haben wieder ein PB1. Das kriegt der andere. Wir haben ja genug Energie. Ja, gut gemacht. Ja, das ist klar. Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Ein S.O.D. Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Ein S.O.D. Das nehmen wir einfach auch noch. Kommt. Jo, dankeschön. So. So viel Energie brauche ich nicht. Da kriegst du eins von mir. Junge, wo bist du? Hallo. Ich würde gerne mal gucken, wie viel Energie du jetzt hast. Nicht wirklich viel. Kriegst du noch zwei von mir? Das muss dann aber auch reichen, okay? Zwei kriegst du noch. Joa. Und jetzt kriegst du noch einmal Cannabis. Damit du dich nachher mal heilen kannst, ne? Oh, damit habe ich voll wenig Energie. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe immer noch genug. Und da würde ich sagen, begeben wir uns mal auf die Mission, alle zu retten. Vor allem Paige. So, Verlade-Doc. Und. Ich gucke mich hier erst nochmal um. Mir ist das alles zu unsicher. Runter, 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 runter. Oh. Okay, sie will sich also nicht fallen lassen. Dann können wir hier noch gar nicht hin. Dann kommen wir hier später nochmal hin. Kommst du mit? Check. Jawohl, da kommt er auch. Oh, ab nach unten. Oh shit, oh shit. Und irgendwie spackt der Mond rum. Die Dooms-Basis. Die Dooms-Basis. Dooms-Architektur. Wir sind jetzt im Herzen ihrer Basis, Miss Jack. Da leuchtet was. Oh mein Gott. Ist das eklig. Ab wann ist das Spiel? Ab zwölf? Das kann man doch keinem zwölfjährigen zumuten. Jetzt mal ernsthaft. Was ist das? Eine Schale. Und das? Mehr Schalen. Ah, kann ich sogar nehmen. Ein Spiegel. Aha, aha, aha. Kann ich da vielleicht ein bisschen rumballern? Nein. Natürlich nicht. Kann ich's drehen? Ah, aha, aha. Sieh mal einer an. Ich hab nen coolen Spiegel. Den möchte ich erstmal auswählen. Äh, da. Ah. Legen. Hm, hm. Alles klar. Das soll ein Rätsel sein. Genau. Und jetzt noch hier und dann haben wir's. Perfekt. Rätsel gelöst. War ja nicht so schwer. Aber ich würde sagen, damit beende ich den Part und beim nächsten Mal schlagen wir uns dann durch die Dooms Basis. Bis hierher war es ja noch ein leichtes für uns. Das wird sich aber bestimmt ändern. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Und ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht. Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao, Leute.